In einem Dorf, unter einem Schloss, wurde eine kleine Maus namens Despero geboren. Wow, er ist so winzig! Und seht euch mal diese Ohren an! Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Maus zu sein. Seid ihr bereit, Schüler? Gut, ausgezeichnet. Die richtige und die falsche. Du hast dich ja gar nicht verkrochen. Das sieht wie ein Schwert aus. Das ist ein Fleischermesser. Es ist wunderschön. Despero macht alles. Despero macht es nicht! Auf seine Art. Schon bald. Despero, die schönsten Dinge im Leben sind, die, vor denen man Angst haben kann. Man muss nur lernen, wie unheimlich sie sind. Kommt die große Geschichte eines kleinen Helden. In einer Welt, in der sich alle fürchten. Versuch doch nur mal einen Moment lang mutig zu sein. Oh, das ist nicht gut. Ist er die Ausnahme? Oh, nein. Bist du eine Ratte? Nein. Eine Maus? Ich bin ein Gentleman. Du kannst nicht mit Menschen sprechen. Die werfen dich in den Kacka. Da wirst du von Ratten gefressen. Despero, der kleine Mäuseheld. Hat sich nicht verkrochen, hat sich nicht verkrochen, wollte nicht weglaufen. Ah, noch was. Hat Bilder von Katzen auf sein Heft gemalt. Nicht doch, Katz. Das glaube ich einfach nicht. Leider doch. Hat sie Flauschi genannt. Du bist eine seltsame Maus. Danke.